Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play Spec Ops The Line Part 2. Wir sind jetzt hier direkt in einem Gefecht stehen geblieben. Ich würde sagen, wir machen hier mit unserer neuen Waffe gar nichts. So. Nach vorne, los, los, los. Uiuiui. Ja, 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 wo ist denn hier ein MG? Ach du heiliger. Er ist gepanzert, wir kriegen hier Licht. Ja, 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 ich bin ja dran, ich bin dran. In Deckung. So, zuerst mal die anderen da erledigen. Auf den Schuppen, Schallfuhr. Ja, ich kann jetzt nicht viel machen, Kollege. Shit. Wenigstens noch ein paar hier von denen da erledigen, so gut es geht. Ich muss jetzt so der M4A1 wechseln. Uiuiuiui, sobald ich außer Deckung... Ist er tot? Oh, das ist Stacheldraht, das ist gar nicht gut, das ist gar nicht gut. Hoppala. Hoppala. Na, hast du mir getan? Gut. So, hier Munition. Dankeschön. Na, so, was haben wir denn hier? Mayday, Mayday, ihr Alpha Patrol. Erbitten sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Ja. Natürlich hört euch jemand. Hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich, ich glaube, Marzen ist tot. Sind sie verletzt? Ist noch jemand bei ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Kill sie, bevor sie uns hier. Haben sie uns gesehen? Oh, das ist doch. Oh, das ist doch. Oh, das ist doch. Sie wird eliminiert. Also, das ist doch mehr. Aber unauffällig. Feuer einstellen. So. Weiter geht's. Ähm. So, komm, kletter mal da drüber. Komm. Was machst du da? Gut. Weg da. Das ist mein Platz. Wo seht ihr denn hier noch Gegner? Wo seid ihr überhaupt? So, geh mal weg da. Feind am Boden. Feind am Boden. Das Gegner. Das ist ein Gegner. Hoppala. So, schnell in Deckung. Schnell in Deckung. Schnell in Deckung. Schnell in Deckung. So. Haben sie uns gesehen? Ja, sie haben uns gesehen. Sie haben trotzdem keine Chance gegen meine. Was? Hey. Lass die Scheiße da. Wer will vorrücken? Nee, 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 nee. Lass den dran, lass den dran, lass den dran. Ich wollte die Waffe wechseln. Ich bin weg. Hab kein Ziel. Sie sind in Deckung. Schub. Oh, scheiße. Da kommt noch mehr aus dem Heck raus. Moment, da ist eine AK-745 am Boden. Ich will die. Elf Schuss. Hm. Nee, da bleib ich lieber bei der Mikro 9mm. Ja. 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 Ich mal so ziemliches Risiko. Und zack. Sehr gut. So macht man das. So macht man das. Da. Hier. Hier. Haltet sie aus. Danklos Feuer. Aadonar, gib mir Deckung. Aufklärer. Wir haben Geheiminfos. Ah, I anhören. Und das Fahrwerk ist drinnen. Gott sei Dank ist das der letzte. Hoppla. Kleiner Scherbe. Aber kein Problem. Ich weiß nicht, der Wetterbericht war nicht so toll. Hätten wir warten sollen? Keine Chance. Diese Leute zahlen den vierfachen Preis, um schnell rauszukommen. Wenn wir nicht liefern, sind wir total am Arsch. Das ist kein Scherben. Oh, scheiße. Ist das Sand? Scheiße, scheiße, scheiße. Sturm auf 6 Uhr. Der ist ja gigantisch. Schneller steigen. Zieh hoch, Eric. Zieh hoch. Die Triebwerke fallen aus. Wir haben einen Flammerpress. Triebwerk 1 ist tot. Shit. Chat Triebwerk 2. Und das war's. Beuke vor. Ja, ich sehe. Die sind im Flugzeug. Seid achtsam. Die können überall sein. Ah, ja, 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 ja. Die können überall sein. Komm schon. Hab kein Ziel. Der ist hin. Nein. Der ist mehr als hin. AK-47. Hier, ich will die hier. Feuerschutz, rück hervor. Ich sehe keine Munition für eine AK-47. Da unten war noch was. Ey. Ja, auf mich zu schießen hier. Fallt am Boden. Ich will jetzt noch die Munition holen da hinten. Stress mich bitte kurz nicht. Ey, was machst du denn? Hier liegt noch Munition. So. Und wieder zurück. So. Ich komme, ich komme, ich komme. Kein Problem. Scheiße, wir sind unter schwerem Beschuss. So. So, ich komme, ja. So, zuerst mal nachladen hier. Hoppala. Hier, ein paar Kopfschüsse könnt ihr haben. Sonst noch einer da? Nein. So. Nur noch 27 Schuss hier. Ah, hier hat es Munition, Munition. Danke, danke. Einen Moment, Leute. Einen Moment. Hat hier vielleicht noch Munition? Nein. Schade. Ja, da sowieso nicht. Ach, du Scheiße. Zurück da. Ich töte ihn. Scheiße. Begeiselnahme. Ruhig, lassen Sie ihn gehen. Liegt näher, kommet. Schnell jetzt, Walker. Mach was, Walker. Sonst ist er tot. Ich sag jetzt, zurück. Ich sag jetzt, zurück. Ich sag jetzt, zurück. Oh. Hab einen. So geht das. Hab einen. Hui. Schnell sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar. Aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adams, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Wer möchte das nicht wissen? Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir Ihnen. So. War das das erste Kapitel? Ich will ja nichts sagen. Aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe, würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben vier Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Kapitel 2. Die Düne. Alles klar. Vorsicht, die haben Wachen. Wo? Lugo, auf dem Laufgang. Schalt ihn aus. Sehr schön. So, hier noch mehr Geheiminfos. Hören wir uns gleich mal an. Ah, das Paradies der Reichen. Dubai. Noch nie habe ich einen schöneren Schrotthaufen gesehen. Murdochs Bubis haben sich verdrückt. Aber ich bleibe hier, Baby. Der große Sturm. Ein exklusiver Augenzeugenbericht über den Fall von Dubai. Verdammt, wenn das nicht nach Pulitzer-Preis klingt. Apropos. Ach, scheiße. Ich brauche noch was Nettes für den Körner. Ein kleines Danke dafür, dass ich hier sein darf. Wenn ich an ein paar Bilder vom Sandsturm komme. Gleich habe ich's. Gleich habe ich's. Scheiße. Langweilt total. Na komm, gib mir was. Was denn das für eine Geheiminfo? Hoppala. Sonst ist nix hier? Gut. Ey, was geht da ohne mich? Geht ja mal gar nicht. Ich bin euer Boss, ey. Gibt's hier noch was? Ah, das Paradies der Reichen. Nein. So, habt ihr AK-47-Mulition? Sie haben uns entdeckt. Macht nix. Macht nix. Granaten. Jede Menge. Da legt wohl jemand Wintervorräte an. Wir sollten möglichst viele mitnehmen. Wer schadet rum? Hallo? Hier ist gar niemand. Ich bin unterwegs. Geht mir Deckung. Schabuck. Schabuck. Hier, bitteschön. Ihr könnt noch ne zweite haben. in Deckung. Zack. Dat war'n Kopfschuss, der is' erledigt. Wenigstens haben sie Musik hier. Hey. Hier, Mann. Bitte. Sie bewegen sich. Ah ja, ich hab' ihn im Kopfschuss gegeben da. Klappe und weiterkämpfen Hey Hey, 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 stehenbleiben da Ja, ja, ich zeig dir schon, was ich draufhabe hier Wie kann man denn die Granaten wechseln? Bitteschön Hey Lebt er noch? Weiter geht's Wo zum Teufel kommt das her? Was soll denn das? Aus den Losbrechern da, selbst gebaut, genau wie der Sender vorhin Geheiminfos Okay, Leute, in Position, kommt er bereit? Hä? Tony? Was soll denn der Scheiß? Was soll was? Auf dem Prompto steht, wir sagen, den Leuten bleibt zu Hause und wartet auf Evakuierungskräfte? Woher kommt das? Mir liegen keine Meldungen über irgendwelche Evakuierungskräfte vor Lies vor und lächle, dafür wirst du bezahlen Tony? Das ist unethisch Ich bin Journalistin, die Zuschauer vertrauen darauf Du bist ein paar Titten, das vom Prompto ablesen kann Und jetzt mach, sonst hole ich mir wen anderen Auf Sendung in 5, 4, 3, 2, 1 Und los Na, Tony, du Arschloch Wie kann ich denn Granaten wechseln? Hab keine Ahnung Egal Splittergranaten sind sowieso gut Achtung, Einmeldung Ein ungerechtfertigter Angriff auf die 33. heute bedeutet Richtig Das Ende des Waffenstillstands Rebellen, die sich ergeben möchten, melden sich bitte beim nächsten Außenposten Alles weitere dort Haha Und nun zurück zu unserem normalen Programm Los geht's Ich möchte zu Protokoll geben, dass das alles ziemlich schräg ist Was schräg Total abgefahren Nicht nur, dass hier Leute sind Die haben sogar einen DJ Wir müssen den Stab anfunken Sofort Das ist schräg Conrad und die 33. brauchen unsere Hilfe Und dieser Soldat kann uns hinbringen Wenn die 33. okay ist, lassen wir uns abholen So Weiter geht's Oh nein Haben sie uns gesehen? Nimm, geh Bitte Oh, 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 oh Zack Oh, oh, oh Wo siehst du hier ein Geschütz? Hey Oh, ihr könnt hier noch Shit, ich hab keine Granaten mehr Oh, da oben Oh, komm schon Jawohl Scheiße, wir sind unter schweren Beschuss Komm, komm Zack In die Birne Einer ist noch da Oh ne, da ist auch noch einer Komm schon, komm schon Jawohl Das war Der letzte So, dann drehen wir mal das Geschütz Und Let's go Waren's alle Nein Scheiß auf die Schrohrflinte Ich hab hier ein MG Feind am Boden Waren's alle? Was war denn einer? Komm jetzt weg da So Ne, nicht ans Geschütz Weg, hab ich gesagt Hey, 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 hey Hier gibt's doch sicher noch AK-47 Munition Extra für mich Vier Patronen brauche ich noch Komm schon Er hat doch sicher noch einen AK Ja, jawohl Jawohl So Verdammt, wo sind die hin? Das war zu leicht, Vorsicht Bin klar Eine Scar Hm Begib dich zum Nest Okay Verdammte Scheiße Los, los, los Ein verdammter Hinterhalt In Deckung Bumm So, da oben haben wir noch einen Der wäre erledigt Hey, 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 hey Langsam Wo kommt eine Schrohrflinte? Achtung rechts Sie bewegen sich Scheiße sind das viele Was, 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 wo? Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ich hab keine Deckung mehr Ich hab keine Deckung mehr Geh in Deckung, verdammt Wo? Wo denn? Achtung Ei, ei, ei Ei, ei, ei Komm schon Ach du Heiliger Ja, Klappe zu und Feuer frei Los Komm schon Jawoll Hast du den Sturm? Dieser Sturm erwischt uns wirklich voll Er ist auch nicht tot So, jetzt Scheiße Der Sturm bringt uns noch alle um Ja, und jetzt Bleibt hier in Position Wartet auf eine Chance Ach du Heiliger Was? Was, 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 was? Oh mein Gott Ach du Heiliger Ah, das ist Kapitel 3 Gut, gut Dann war's das Für heute Ich bedanke mich fürs Zuschauen Wir haben das zweite Kapitel fertig gemacht Und Wir sehen uns morgen wieder Mit dem dritten Kapitel Danke fürs Zuschauen Tschüss Ich bedanke mich Ich bedanke mich